Sie hatte schon früher ein Auge auf ihn geworfen. Erst vor rund zwei Wochen gab Chris Braid, 39, bekannt, er hat seiner Freundin Katharine Schwarzenegger, 29, nach nur sechs Monaten Beziehung einen Antrag gemacht. In der Autorin scheint der Schauspieler die Frau fürs Leben gefunden zu haben, aber war ihre Liebe vielleicht gar kein Zufall. Katharine schwärmte bereits 2017 von Chris als er das jetzt erfuhr, reagierte er zuckersüß, im Access Hollywood Interview wurde Katharine damals darüber ausgequetscht, welchen berühmten Chris sie am attraktivsten finde, Chris Braid, Chris Hemsworth, 35, oder doch Chris Evans, 37. Ihre Antwort fiel zuerst auf Chris Evans, sie entschied sich dann aber doch für ihren heutigen Verlobten, Chris Braid sieht in letzter Zeit so gut aus, also, man weiß nie. Nun wurde dem Guardians of the Galaxy Star genau dieser Clip in der gleichen TV-Show gezeigt. Als sie Chris Evans sagte, wurde mir Banne ums Herz und dann hat sie es aber gerettet, freute sich der Ex-Mann von Anna Farris, 42. Das ist so süß. Ich habe das tatsächlich noch nie gesehen. Danke, dass Sie mir das gezeigt haben. Ich bin wirklich gerührt, schwärmte er weiter, wie ernst es ihn mit der 29-Jährigen ist, bewies Chris erst vor einigen Tagen bei einem Pressetermin. Neben der Hochzeit kann sich der Marvell Held noch weitere Dinge mit seiner Traumfrau vorstellen. Auf die Frage nach seiner Zukunft antwortete der Hollywood-Hotty, die Zukunft. Oh, viele Kinder.